hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest teleporter des anwesens der lunastress bereit anzunehmen bei inaktiver telematischer signalgeber telematische entschuldigung hierbei ist gleich mal zu sagen ihr benötigt 100 uhr altes mana um die quest abzuschließen zeige ich noch auf der karte wo sich der befindet und hier sind die koordinaten ein bisschen von der gegend nehme die quest gleich mal an und man darf sofort abgeben wenn man 100 uhr altes mana hat quest beenden hoffe ich konnte euch helfen ciao